hallo und herzlich willkommen zurück hier beim bausimulator 2015 wir machen weiter jetzt muss man kurz gucken aufträge so was machen wir dann überhaupt was gut dann schauen wir mal gartenbau das ist es ich würde was leichtes machen da aufträge das heißt ein familienhaus mit ausgebauten dachboden container transport wir haben 83.000 das ganze zeug der braume erstmal die ganzen fahrzeuge anhänger gaben schabler das also das haben wir hier ok mal kurz gucken was wir hier machen können nach personal warenlager ok dann machen wir hier das heißt dass 322 dessen sechs aufgaben also sechs aufgaben acht aufgaben drei aufgaben drei aufgaben hat sich immer nicht so viel machen hier drei dann brauchen wir nur dieses teil da keine anwes sein soll sind es mit der rolle apritschen wagen ach so ja okay machen wir das dass da besorge vier kleine ziegelsteine aus ton von einem baustoff händler und transportiere die ladung in den markierten bereich baustelle besorge vier mal kleine dachpfannen grau von einem baustoff händler und transportiere die ladung in den bereich besorge zweimal isoliermaterial von einem baustoff händler okay machen wir das jetzt so okay so was jetzt aber besorge vier mal kleine ziegelsteine von einem baustoff händler oh gott okay jetzt geht's los so ich habe hier schon wieder zehn kilometer stau verursacht haha so okay gut habe ich hier fahrverhalten akade oder mal simulation oder ne akade akade so ok akade ist die leichtere variante die mache jetzt auch so okay haha haha gott ist die gärtnerei da wollen wir nicht hin ist voll cool wie bei euro talk bis auf die uhr gucke nicht dass die uc das spiel ist auf dem neuesten stand vom neuesten patch sieht man auch okay hier rum sind wir wieder im dorf oje also ich muss warten jetzt darf ich ne danke jetzt darf ich so da oben ist der händler wo oder mal händler händler ist da drüben hier muss ich rein ja hier 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 gott ok hat nein das bin ich hier nicht warte mal karte oh man baustoffhändler baustelle firmengelände bahnhof hier ist der baustoffhändler da will ich hin voll falsch ach das war arschknapp ok jetzt hier runterfahren hätte man eigentlich sehen sollen an den schildern wäre es am einfachsten gewesen hier ist der baustoffhändler ok da hier hin äh mit f aussteigen so menü öffnen so ich hab schon wieder vergessen was ich brauch ähm was brauche ich denn aktive vier kleine ziegelsteine ok aus ton gut vier kleine ziegelsteine hier ist es doch eins zwei drei vier sechstausend kosten die oh god ach so kann ich jetzt hier gleich alles kaufen oder was äh auftrag aktive viermal von einem baustoffhändler anspitiert die ladung in dem markierten bereich ach so ja ja das ist mir schon klar ähm wo sind die jetzt ich glaube ich habe den falschen das falsche auto habe ich oh man wieder zurück ok ich muss wieder hier zum firmengelände boah das spiel schafft mich aber es ist eine gute herausforderung da ist man nicht so schnell fertig so so da reinfahren hier rein schupp schupp so ok zack und jetzt steigen wir in diesem Ding ein sehr gut jetzt brauchen wir den Anhänger oder ja natürlich nee brauchen wir nicht oder ich habe keine ahnung warte mal ähm ach komm wir holen jetzt erstmal die ab was fahr ich denn schon wieder hier so ich mache hier wieder ego perspektive das ist am sichersten das kann ich sowieso schon so halbwegs so jetzt hier reinfahren ok und jetzt da bleibt stehen rückwärts so neue ausschreibungen sind verfügbar achso ja das interessiert mich jetzt nicht ich mache das ist das fertig also das da jetzt äh kamera wechseln action kamera ok na das wollte ich jetzt nicht das wollte ich ähm oh Gott ich wollte die Dinge runter haben ach hier mit R oder ne mit R nicht mit Y Y ja Y gut dann steigen wir hier in diesen ein so wo sind jetzt meine Ziegelsteine ich habe keine ahnung äh äh das wat ja und jetzt ich habe die Ziegelsteine was ich mache jetzt ne warte mal quatsch was ich mache kleine britschenwagen absatzkippe aber jetzt die Ziegelsteine in der Hosen oder was hä oder mal hier Geld verdient Kilometer naja ist schon recht äh wo bin ich denn jetzt da Abschnitt 1 wirklich neu starten nee nee das will ich nicht und transportiere die Ladung in den markierten Bereich vier mal kleine Ziegelsteine das sind doch die oder warte mal doch das sind die natürlich sind das die nein da das sind doch die da vier Stück sind vier Stück drin also bitte was will der also muss ich die rein tun oh man schwierig geburt hier ist auch ein bisschen komisch weil das hier nicht grün markiert ist wenn komisch aber was soll's ist halt realistischer von mir aus so jetzt tun wir das hier rein ja okay gut machen wir das hier rein ich hoffe das Ding bleibt oben oh alter bloß aufpassen hier na 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 hallo toll ach man was ist denn das was denn was denn geht die scheiß verfickte Gabel nicht mehr runter toll ach doch so sorry das muss jetzt sein so hoch damit ja ich will die freie Kamera weil ich bin frei so jetzt da auf dem Wagen drauf boah das ist so eine Fitzel aber das gibt's nicht oh oh je so jetzt runter so ich muss noch entsichern genau so so einen haben wir schon mal noch drei ob man die noch schaffen hm bezweifle es oh god oh god kann man das nicht einstellen final online ne nicht online hier tastenbelegung gameplay gameplay hier kontrolleempfindlichkeit vertikale Blickrichtung vertauschen controller wird niedrig ich will es niedrig haben ähm ja Fahrverhalten machen wir mal ausgewogen so jetzt so hoch damit dann sichern gut oh ok das ist scheiße wir machen wieder Akkorde äh Akkorde genau so jetzt probiere ich noch mal ähm Simulation was das das ist ach so dann simuliert er das da hinten ne Katastrophe das machen wir nicht so ja so ok hoch damit ganz langsam da hinbringen entsichern und jawohl halleluja ok würde ich mal sagen bringen wir das da erstmal zurück so drück mal v äh y v äh ja haben wir es jetzt habe ich es jetzt gesichert oder nicht ich habe keine ahnung egal das wird schon so passen so wo soll man das jetzt hinbringen aha gott oh gott ähm hier aufträge aktiv in die baustelle aha die frage ist nur wo ist die baustelle 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 wo ist die baustelle hier da ja genau hier ist die baustelle gut bringen wir es hin oh alter keinen unfall hier verursachen das muss ich ADAC rufen oder kann man das nicht sichern irgendwie Mann Ist doch die Baustelle hier oder? Ja Okay und wo ist der Wo ist der Bereich? Hä? Ist das der Bereich oder nicht? Gibt es hier noch mehr Baustellen? Warte mal Ist die einzigste Ja Warum geht das nicht? Hm Ich will da von der anderen Seite reinkommen Vielleicht hier rein? Ah hier Dahin Da 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 Jetzt ist doch Okay Ja und jetzt? Jetzt muss ich mit dem Bagger noch hinkommen oder? Um Gottes Willen Naja zum Glück ist der gleich hier Hä? Aha Wie war das noch gleich? Wie ging das? Ach du mein Gede Äh Ja nicht so Halt Ach du mein Nein ich wieder baue hier ewig Ja danke So Boah zum Fahren dieses Baggers da muss ich drei Knöpfe gleichzeitig drücken Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Das brauche ich ja ewig Gott oh Gott Oh je bitte Ach du heiliger Kacke hier Geht das nicht schneller? Das gibt's doch nicht Ne Schneller geht's nicht ne Ne Bist du verschwinden hier die Autos? Was soll denn das? Was macht die da? Ja sorry ne Aber Das ist sicher auf meinen Whisky gewachsen Ja Ist das überhaupt so richtig? Es kann nicht sein dass der so langsam wird Oder? Das gibt's doch nicht So jetzt könnt ihr fahren So jetzt sind wir schon hier Sehr gut Also die Physik passt auch Sehe ich gerade Wah So Okay So wie war das jetzt nochmal? Da ist ein Haken dran An dem Ding Okay Machen wir das auch so Ich seh überhaupt nix Ich seh überhaupt nix Jetzt geht's Jetzt geht's So Scheiße Toll Wie komm ich denn da runter Jetzt Oh das darf nicht wahr sein Boah alter Ladung zurücksetzen Achso Ach das geht auch Ha Okay Ich frage ich nur Wie komm ich jetzt da raus Achso Bagger Okay Gut Oh So vorfahren Okay Zack Alles klar Jetzt haben wir's doch schon Jawoll So geht's alter Eigentlich ganz easy Ähm Ja Okay Sehr schön Und lass mal hier gleich den Bagger da Lass mich hier gleich den Bagger da Bagger da Atsatzkipper Ein Ne 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 Britschenwagen So So mit dem fahren wir jetzt weiter Aber erst beim nächsten mal Hier bei Bausimulator 2015 Führt gut